Geballte Frauenpower gestern Abend vor dem Wiener Palais Lichtenstein. Zum sechsten Mal lud man zum Leading Ladies Award. Ein Preis, der an ganz besondere Frauen, für deren herausragende Leistungen vergeben wird. Dementsprechend herrenlos standen die meisten dann auch am Red Carpet. Wir kommen nicht heute Abend ohne Männer, um zu demonstrieren, dass wir auch ohne Männer können. Wir wollen gar nicht ohne Männer leben. Gerade in einer Zeit wie diese jetzt, muss man signalisieren, dass man Männer toll findet. Weil die Männer bekommen immer größere Minderwertigkeitskomplexe, weil die Frauen werden immer stärker. Und eine starke Frau hat es nicht notwendig, einen Mann runterzumachen. Also wir demonstrieren für heute ohne Männer, aber wir sind für die Liebe und für die Männer. Ihr Mann, der Landeshauptmann, ist ein bisschen im Hintergrund Kanadas. Nachdem ich ihm ja vorgeschlagen habe, einfach alleine hierher zu gehen, hat er mir vorgeschlagen, dass ich ja so oft an seiner Seite bin und heute ist er an meiner Seite. Und das habe ich wirklich ganz besonders schön gefunden. Schöner Liebesbeweis. Ja, heute, vor 43 Jahren, habe ich meinen Mann kennengelernt. Heute ist unser Kennenlern-Tag. Erst seit wenigen Wochen mit dem Wiener Künstler Julian Kohl verheiratet die deutsche Moderatorin Nazan Eckes. Frau Eckes oder muss man jetzt Frau Kohl sagen? Frau Kohl, um ehrlich zu sein. Aber offiziell weiterhin noch Eckes. So viel darf ich verraten. Wie fühlt es sich an? Ganz schön fühlt sich das an. Ich bin sehr glücklich. Nach wie vor Frau frei heißt Dancingstar Petra. Über einen neuen Hochzeitstermin mit Entertäner Gregor Glanz wollte die Tirolerin allerdings nicht mehr plaudern. Ja, aber da sage ich nicht mehr wann und wo und wie. Hat es ein Ende gefunden, die Diskussion, die offizielle? Ja, das wird jetzt einfach privat gemacht und dabei bleiben wir einfach beide ganz stur. Das ist schon mühsam, oder? Wenn man sowas sagt und dann will man irgendwie ein anderes Mal heiraten, das geht dann nicht mehr, oder? Ja, wobei, da bin ich selber schuld, das haben wir lernen müssen irgendwie. Da hätten wir einfach ganz still bleiben müssen, aber das hat mir doch so ein Übermaß ausgenommen, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt bleiben wir halt einfach wieder still. Aber du hast ihn schon noch lieb. Und wie. Das wichtigste Thema an diesem Abend war aber ohne dies der mögliche Award, den jede dieser Damen gleich gewinnen könnte. Leading Lady, was bedeutet das für Sie? Ja, also ich bin ja die Älteste von acht Geschwistern und habe vier jüngere Schwestern. Und wenn man in so einer großen Familie aufwächst, dann ist man quasi im Internat für Leading Ladies. Und man wird von klein auf ausgebildet, weil wenn man sich da nicht durchboxt, dann kommt man nicht weit. Sie sind heuer nominiert als Aufsteigerin des Jahres. Oh, ist das nicht lustig? Ja, fast so wie Newcomerin, ist auch eine schöne, oder? In der Newcomerin kommt noch. Das ist das im nächsten Jahr geplant. Für heuer läutete der Glöckner schließlich zur Gala. In acht Kategorien wurden die Frauen des Jahres mit Leading Ladies Awards ausgezeichnet. Die meisten, wenn auch nicht alle, sind persönlich gekommen, um sich ihre Trophäe abzuholen. Anna Netrebko allerdings wurde sie sogar nachgetragen. Dankeschön. Nach New York. Hallo, hier ist Anna Netrebko und ich bin sehr stolz. Ich freue mich sehr. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Den hatten naturgemäß die Gewinnerinnen des Abends. Einige von ihnen zeigten sich überrascht und wirkten dabei durchaus überzeugend. Ich bin sprachlos. Was passiert ihr am Manni? Nein, ich habe einfach wirklich eine unglaubliche Freude mit dieser Auszeichnung. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie, dass sie das so gemacht hat. Meine Frau hat das zur Sekunde erfahren, als die Siegerin verkündet wurde. Dabei hätten sich die Preisträgerinnen gar nicht so um überraschte Gesichter bemühen müssen, legt doch die Initiatorin selbst die Karten ganz offen auf den Tisch. Es haben einige einen Tipp gekommen, das ist ja klar. Weil es ja mittlerweile so ist, dass viele, vor allem Prominente, nur mehr dann überhaupt kommen, wenn sie vorher schon wissen, ich bin's. Und wenn man es dann noch mit einem kleinen Heimaturlaub verbinden kann, dann ist die Freude beinahe schon übergroß. Wie zum Beispiel bei Sonja Kirchberger. Sie hat über sich selber gesagt, eine liebevolle Mutter zu sein, das ist die schönste Rolle meines Lebens. Ich habe mich ehrlich gesagt so über die Nominierung schon gefreut, weil das schon so eine Anerkennung ist, dass man es irgendwie doch geschafft hat. Ein Teil, könnte man sagen, des Preises gehört ja auch dem Lioskern natürlich. Naja, also ich würde es jetzt so nicht betonen, ich bin ein minimaler Faktor. Ich tue nur das, was sich jede Mutter verdient hat, ein toller Sohn zu sein. Aber ich glaube, meine Mama trägt viel mehr dabei wie ich. Einen wichtigen Beitrag zur Kategorie Netzwerkerin des Jahres leistete der wunderbare Laudator, was der Moderatorin einen Lacher kostete. Sie war irritiert, warum nicht? Ich war auch erst irritiert, weil sie so ein hübsches Weib ist. Und ich habe sie für alle Fälle links und rechts geküsst. Das hat sie, glaube ich, beruhigt und mich auch. Netzwerkerin des Jahres wurde schließlich die Protokollchefin der Salzburger Festspiele, Susanne Harf, die ihrem Laudator verbal Rosen streute. Wie er wirklich seine Pointen vermischt und so Pseudo-Professor durcheinander spielt. Aber er weiß genau, was er sagt und was er nicht sagt. Er ist wirklich wunderbar. Die nächste Laudatorin tat sich da bedeutend schwerer mit ihrer Lobrede auf die Aufsteigerin des Jahres. Mit Star-Produzent Chambers veröffentlicht es ja auch ihr erstes Debütalbum. Es zeigt die Menschlichkeit. Passiert jedem. Ich war extrem nervös, weil es mein erster Auftritt war. Aber man lernt draußen und macht es nächstes Mal besser. Gut machte es schon Elisa Schmidt, die sich in ihrer Kategorie gegen Mitbewerberinnen wie Dolly Buster, Petra Frey oder Dagmar Koller durchsetzen konnte. Ja, ich war auch ganz überrascht. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich auch hier anscheinend in Österreich Fans habe, denen meine Musik gefällt. Der sechste Leading Ladies Award brachte aber auch eine Neuerung. Erstmals wurde der Mann des Jahres ausgezeichnet. Laudatorin war dementsprechend eine Vollblutfrau. Er ist so schön, er ist so toll. Seine gigaschlanken Wadeln, seine Wahnsinn für die Madeln. Nur seine Frisur ist sicher kein Wunder der Natur. Aber schließlich hat ja auch schon Falco gezeigt, dass man mit einer Menge Gel in den Haaren auch eine Menge Platten verkaufen hat. Weshalb ausgerechnet er diesen Preis bekam, verwunderte Andreas Gabalier schon zu Beginn des Abends. Vielleicht liegt das an meinen weiblichen Zügen. Die sind genau wo? Ja, genau. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr emanzipiert. Und sogar nach Gleichberechtigung auch für uns Männer. Der Gabalier ist ja ein Frauenmann, der singt ja für Frauen. Also ich glaube, das kann man durchaus machen, das hat er sich verdient. Er ist einer, dem die Frauenherzen irgendwie zufliegen und der ja auch Gutes tut, so auf seine Art. Besonders Gutes taten heuer schon die Feuerwehrfrauen von St. Lorenzen, die in der Sonderkategorie Frau des Jahres für ihren Einsatz belohnt wurden. Während Deutschlands Popstar Sarah Connor in der Kategorie Soziales Engagement international unschlagbar blieb. Ich hätte mich auch in der Kategorie Kind und Karriere gesehen, ehrlich gesagt. Weil da, das spüre ich natürlich selber im eigenen Leibe jeden Tag ganz immens. Statt des obligaten abschließenden Feuerwerks gab es noch Mode, Make-up, Schmuck und Schuhe, was Frau halt auch ganz gern mag. Und ein Comeback auf dem Laufsteg. Dagmar Koller mischte sich unter die anderen Models. Die sind ja so riesengroß, ich stand wie ein Zwergel daneben. Aber es war abenteuerlich einmal zu erleben, wie so Mannequins Leistung bringen müssen. Und das ist hier ein Abend, der wirklich also wertvoll geworden ist.